Julian Weigl und seine Situation unter BVB-Trainer Favre, es flutscht nicht mehr. Seinen Platz im DFB-Team hat Julian Weigl verloren, beim BVB ist er unter Lucien Favre mehr Rotationsmasse als Stammspieler. Es läuft nicht rund. Vor Kräuterfürst war Christian Weigl. Lucien Favre leistete sich diesen Versprecher nach Abschluss der USA-Reise mit Borussia Dortmund. Jeder kennt Christian Weigl, ich kenne ihn auch. Christian Weigl ist eine klare Nummer 6, sagte der BVB-Coach über den, der eigentlich Julian heißt und gab ein paar Wochen später eben auch dem Dortmunder Pokalgegner ausfüllt einen anderen Namen. Favre ist der vierte Coach, unter dem Weigl seit seinem überraschenden Wechsel vom damaligen Zweitligisten 1860 München nach Dortmund im Sommer 2015 trainiert. Die Geschichte von Thomas Tuchel und ihm ist häufig erzählt. Der heutige Paris-Trainer hievte Weigl auf das Niveau, an dem er aktuell gemessen wird. Weigl und das Problem mit der Favre-Spielweise Seit Tuchel vom WVB gescast wurde, hat Weigl zwei Probleme, Tuchels auf dominanten Ballbesitz ausgelegte Spielweise ist Passe. Weigl ist nicht mehr Strukturgeber, Drehscheibe, Absicherer und damit Schlüsselspieler. Und, was gravierender für ihn ist und Problem 1 stark beeinträchtigte, Weigl schleppte in den beiden Post-Tuchel-Jahre jeweils Verletzungen mit in die neue Spielzeit.